Willkommen zurück zu Resident Evil Zero! ... muss man hier benutzen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das brauche ich jetzt anscheinend nicht. Aber das ist auch ein Aufzugsschlüssel. Das hier ist ein Aufzug! Hiermit wird Scheiben bei der Aufzug aktiviert. Da ist ein Schlüsselloch. Dann steckt den Schlüssel da rein! Clever, Mädel! Clever! Der Aufzug wurde aktiviert. Prima! Nein! Bitte nicht! Jetzt kein End... Nein! Gute Frage! Holy Shit! Ich hab keine Waffen dabei! Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Du hast doch was rumhängen! Ich meine mit seine Klaue. Okay, du willst anscheinend nicht zum Fahrstuhl fahren. Kann ich verstehen bei deiner Größe! Hätte ich auch ein Winde gehen! Oh oh! Ungut! Ungut! Wah! Shit! Das ist ein bisschen klein hier! Äh, ich meine eng! Huh! Hi! Und ich hab auch ne Pistole, hallo! Obwohl, ich hab noch ne Magnum! Wuh! Hey! Ganz ruhig! Übrigens, dein Rücken ist offen! Sollte sich mal ein Chirurg ansehen, Kumpel! Nein! Ah! Was zum? Oh! Oh! Okay, der war unerwartet! Der war unerwartet! Ja! Brüll dich mal in Ruhe aus! Ich werd mich mal in die Zwischenrunde heilen! Hi! Au! Au! Das war ein Kopftreffer! Hihi! Oh! Shit! Ah! Ich hab mich da hinten ver... ...verklemmt! Ein wenig! Wird das denn mit dem Aufzug noch was heute? Anscheinend nicht mehr! Au! Muss ich den töten? Okay, Moment! Ich hab natürlich ne Magnum gefunden! Das heißt... Ich werd ihn wahrscheinlich töten müssen! Oder zumindest verbunden, oder so? Das war ein Treffekt! Genau ins Herz! Ein Hardshot! Ja, das war hier ein Schuss in den Arm! Jetzt kommt ein Schuss in den Arsch! Oh! Ne! Gut! Gut, gut, gut! Das war Glück! Noch ein Schuss in den Arsch! Problematisch wird's, wenn ich keine Munition mehr fülle als Ding... Au! 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 Menü. Komm. Mach dich auf. Gefahr. Schisch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Du wirst doch wohl nicht mehr Leben haben als meinen Magnum Schuss, oder? Das wäre äußerst unvorteilhaft. Für mich. Okay. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Hihihihihihihi. Der 15 Schuss habe ich noch. Das könnte vielleicht nicht mehr reichen. Au! Nein! Okay. Ich glaube, noch ein Treffer und ich bin tot. Ich wüsste aber nicht, wie ich das Problem lösen sollte. Huiuiui. Wie viel Schuss habe ich noch? Acht. Scheiße. Bleib liegen. Oh! 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 Thank God! Hui! Ach! Der Fahrstuhl kommt perfekt. Perfekt zu spät! Entschuldigt mich eben. Na super. Das geht auch nicht. Ich habe versucht zu schümmeln. Dann halt nicht. Das heißt, wenn jetzt der Dolphin abstürzt... Ja, die E-Mail interessiert mich nicht. Wenn jetzt der Dolphin abstürzt, dann darf ich das nochmal machen. Das war ja schon beim ersten Mal zu viel für mich. Oh, diese Draufsicht ist sehr interessant. Wo fahren wir denn? Äh, ja. Ebene 1. Wir sind auf Ebene 3. 2. Mal auf Ebene 1. Kann ja nur schlimmer werden. Wie zum Beispiel mit zwei Tyrannen oder so. Oder Billy. Billy! Ich brauche Billy! Billy ist meine Waffenkammer. Obwohl, bei dir hat auch bloß die Schrotflinte dabei. Oder? Wo sind eigentlich meine ganzen Waffen? Ich frage mich, wo... Wo bin ich hier? Brennender Zug? Das kenne ich irgendwo, ja. Hä? Oh! Da liegen Kampfmesser. Wir sind wieder am Anfang. Okay, das kann ich jetzt zwar... ...geografisch nicht ganz einordnen. Wie das jetzt möglich ist, ähm... I will go with it. Ich hab keine Ahnung. Wie soll das funktionieren? Wir sind doch Kilometer mit der Tram gefahren. Und jetzt sind wir auf einmal wieder da, wo an... Ne, es ist zu viel für mich. Gehen wir mal auf Ebene... ... ...2. Ich bin so entscheidungsfreudig. Ist mein Cappuccino jetzt endlich trinkfertig? Mhm. Ah. Lecker. Genau das, was ich nach diesem Tyrannen-Kampf brauche. Mhm. So, was haben wir hier? Ein Dolphin-Tod. Auch gut. Wo wir gerade über Dolphin-Tode sprachen... ... 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 Ich höre Zombies. Nicht gut. Nicht gut. Oh, ... ... ... ... Ich habe gerade ein bisschen Magnum-Munition bekommen, aber... ... ... ... ... ... ... ... Die Tür wurde... ... Wieso wusste ich nur, dass wir hier rauskommen werden? Ist im Prinzip auch ganz okay. Habe ich nix gegen. Puh! Ähm, kombinieren, ja... Ja... Ich überlege, ob ich den Hunter töten soll. Also wenn er mich jetzt ganz, ganz lieb behandelt und mich jetzt ganz nett die Kräuter aufheben lässt, tue ich ihm nichts. Wenn nicht, dann... Dann passiert das. Arschloch! Das hast du verdient. Kräuter mitnehmen? Ich verwende das, glaube ich besser mal. Ja, verwenden. Danke. Da steht auf dem Schild... Mind your step. Mhm. Die hätten mal lieber ein Schild dahin kleben sollen, von wegen Caution! Lurker! Lurker! Oder von wegen Caution! Dangerous Frog ahead! Das... ...hätte sehr gepasst, meiner Meinung nach. Okay, wir haben jetzt diese kurze Abkürzung aufgeschlossen. Bringt mir jetzt nicht viel, also werde ich wahrscheinlich dann doch Richtung... ...Level oder Etage 4 fahren müssen. Ah, da freue ich mich ja drauf. Denn ich könnte wettchen... Nicht Etage 1! Nein, da waren wir schon. Also, ich könnte wettchen... ...wenn ich durch die Tür gehen will, dann stürzt der Teufel wieder ab. Und ich hab's soeben beschlossen und ich hab's auch getestet. Man kann nämlich, während ich trotzdem noch aufnehme, kann man trotzdem noch... Was ist so geil? Die Spielzeit ist vorbei. Du und deine Freunde werden mich nicht mehr befreien. Das ist zu Bernard. Jetzt wird nichts von mir verhindern, meine Revenge zu bekommen. Um das... Um dem vorzubeugen, werde ich jetzt die Folge beenden. Insofern...